Ist der Dollar am Ende? Die BRICS-Staaten planen angeblich eine gemeinsame Währung, die dann auch noch goldgedeckt sein soll. Bekanntgabe ist vielleicht schon nächsten Monat. Also eine harte Konkurrenz für den Dollar angeblich als Weltleitwährung. Aber wie wahrscheinlich ist es überhaupt und was hätte das verfolgen? Bitch-Fight in der Europäischen Union. Es geht heiß her. Hier die wunderbare Uschi von der Leyen und auf der anderen Seite die unnahbare Christine Lagarde. Lässt sie sich provozieren? Und ob, meine Damen und Herren. Sie geht sogar zum Angriff über, aber von der Leyen kontert und oh nein, das muss ja wirklich nicht sein. Ein brutaler Schlagabtausch, hat man sowas schon gesehen. Auch das Publikum ist völlig entsetzt, zumindest ein Teil des Publikums. Tja, so geht es zu in der EU. Natürlich nicht immer. Meistens ist es ruhig im Matriarchat. Aber neulich gab es dann doch eine offene Auseinandersetzung. Es ging um das eingefrorene Vermögen von Russland. Das wirft Zinsen ab, ungefähr 700 Millionen Dollar pro Quartal. Und von der Leyen sagt, nehmen wir doch das Geld und bauen damit die Ukraine wieder auf. Dann müssen wir es schon nicht selber zahlen. Also so hat sie es natürlich nicht gesagt. Aber Christine Lagarde, die EZB-Chefin, die hat daraufhin gesagt, Nein, wenn wir das machen, dann ist das dazu geeignet, die rechtlichen und wirtschaftlichen Grundlagen, auf denen die internationale Rolle des Euro beruht, zu untergraben. Zitat Ende. Sie hat das sicherlich nicht aus Sympathie zu Russland gesagt. Aber der Punkt ist eben, das Geld gehört immer noch Russland natürlich. Jetzt hat man schon eingefroren. Und wenn man sich daraus jetzt aber dann noch bedient, auch noch, dann verlieren auch alle anderen Länder möglicherweise das Vertrauen in unseren Währungsraum. Der Ukraine-Krieg ist eine Zäsur in vieler Hinsicht natürlich. Aber eben auch, was das Weltwährungssystem betrifft. Wenn man von einem Land die Vermögenswerte einfriert, in einem Wert von 350 Milliarden Dollar. Und wenn man das Land außerdem abschneidet vom internationalen Zahlungsabwicklungssystem, dann ist das natürlich auch ein Signal für alle anderen Länder. Und damit belastet sich aber auch das System selbst und seine Dominanz. Das betrifft den Euro. Es betrifft aber in einem viel höheren Maße natürlich den Dollar. Der dominiert das System ja noch und der hat wirklich was zu verlieren. Ich habe auf das Ganze schon hingewiesen. Letztes Jahr schon im April in einem Video. Da ging es auch um den berühmten Beitrag Bretton Woods 3 von Scheutern-Poscher von Credit Suisse. Seitdem gibt es viele, viele Indizien, dass genau das auch passiert. Die Länder weltweit bauen ihre Dollar-Währungsreserven ab. Das hat sich auch beschleunigt seit dem Krieg. Gleichzeitig repatriieren die Länder auch ihr Gold. Sie ziehen es also verstärkt ab aus New York und London. Das zeigt auch eine neue Studie von Invesco. 68% der befragten Notenbanken und Staatsfonds haben gesagt, sie holen ihr Gold jetzt verstärkt wieder nach Hause. Außerdem haben wir letztes Jahr plötzlich immens hohe Goldkäufe von den Notenbanken gehabt. Die höchsten Nettokäufe seit 1967. Die Grafik hier zeigt das. Das ist von der Financial Times. Außerdem haben Brasilien und China ein Abkommen geschlossen, dass sie ihren bilateralen Handel jetzt in Zukunft in Yuan abwickeln wollen. Und Saudi-Arabien und China, die wollen den Ölhandel in Zukunft in Yuan abwickeln. Und jetzt dann auch noch der große Knall. Jetzt soll eine gemeinsame Währung kommen von den BRICS-Ländern. Also Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika. Und die soll dann auch noch goldgedeckt sein. Klingt jetzt nach einer wirklich schweren Gefahr für die Dollar-Dominanz, weil die BRICS-Länder, die stehen für 41% der Weltbevölkerung. Sie stehen für 24% auch der globalen Wirtschaftsleistung. Und wenn man jetzt alle 19 anderen Länder auch noch dazu nimmt, die diesem Verbund zusätzlich noch beitreten wollen, dann ist man auch schon locker bei 50% bis 60% der globalen Wirtschaftsleistung. Das Gerücht von dieser BRICS-Währung, das geht schon länger rum. Und vorletzte Woche ist es dann bestätigt worden. Allerdings jetzt von niemand Hochrangigem, sondern es war der russische Botschafter in Kenia. Und RT News, die gehören ja dem russischen Staat, die haben dann gleich nachgelegt und haben gesagt, ja, diese BRICS-Währung, die soll kommen. Ja, sie wird wahrscheinlich schon vorgestellt auf der BRICS-Jahrestagung am 22. August in Südafrika. Und ja, sie ist goldgedeckt. Und sie haben dann auch gleich noch einen ehemaligen südafrikanischen Chefstatistiker interviewt. Der hat dann gesagt, dass zum Beispiel die südafrikanische Währung, die war viel stärker, als es noch einen Goldstandard gegeben hat. Und dass der Wohlstand von allen Ländern, die da mitwachen werden, dass der von dieser Golddeckung sehr wahrscheinlich profitieren kann. Das Ganze hat eingeschlagen wie eine Bombe. Vor allem in den USA, dort in den einschlägigen Medien natürlich. Zum Beispiel Robert Kiyosaki, das ist ein bekannter Finanzautor in den USA, der hat gesagt, das ist der Todesstoß für den US-Dollar. Warum? Die Weltwährungsreserven, die die Notenbanken weltweit haben, die sind ja immer noch zum Großteil Dollars. Das heißt, die USA haben nicht nur Geld produzieren müssen für sich selber, sondern eben auch noch viele Milliarden Dollar für andere Länder, für deren Währungsreserven. Und jetzt kommt aber die neuen Währungen und die Welt braucht dann die ganzen Dollar nicht mehr und schickt sie mehr oder weniger zurück. Und in den USA produzieren diese vielen, vielen Dollars dann Hyperinflation, Hungersnöte, Chaos. Und selbstverständlich ist es auch das Ende der Demokratie. Und es ist natürlich auch auf YouTube aufgegriffen worden, zum Beispiel hier von Kettner Edelmetalle, wo es dann heißt, jetzt entsteht eine der mächtigsten Währungen der Welt. Das ist jetzt eine Riesenchance. Eine Riesenchance für wen? Natürlich für die, die sich jetzt physisches Gold kaufen. Oder hier Vermietertagebuch, wo es dann heißt, dass das sofort die neue Weltleitwährung werden wird und dass die anderen etablierten Währungen Dollar, Euro, Pfund, Yen und so weiter jetzt am 22. August ihren Todesstoß bekommen. Diese Länder werden implodieren und er selbst wird sich dann auch sofort ein Konto von dieser Währung in dieser Währung eröffnen und viel von seinem Geld da auch reinpacken. Soll er mal machen. Und klar, die BRICS-Tagung jetzt im August, das wird schon sehr spannend. Und ich werde das hier natürlich auch verfolgen und abdecken. Und wenn Sie das auch interessiert, Kanal, Abo, dann sind Sie bei dem Thema und auch bei vielen anderen Themen, wenn es ums globale Finanzsystem und Weltwährungssystem geht, automatisch mit dabei. Nur, wie wahrscheinlich ist es, dass die BRICS-Staaten da jetzt eine gemeinsame Währung ankündigen, die dann auch noch goldgedeckt ist? Es sind fünf höchst unterschiedliche Länder, die zum Teil ja auch Konflikte miteinander haben. Oder so wie Indien und China, die ja an der Grenze manchmal sogar auch noch aufeinander schießen. Und die Wirtschaftskraft ist komplett unterschiedlich. Die wirtschaftlichen Strukturen sind komplett unterschiedlich. Und auch die Wirtschaftspolitik ist ja in vieler Hinsicht unterschiedlich. Und wir kennen das Problem aus der Eurozone. Da hat man ja unterschiedliche Länder in einen Währungsraum gepackt. Und die BRICS-Staaten, die sind aber noch viel unterschiedlicher als die Länder der Eurozone. Liegt da eine Währungsunion wirklich im Interesse von denen? Und was noch schwieriger ist, man bräuchte ja auch eine gemeinsame Geldpolitik. Wo steht dann diese Notenbank und was macht sie dann im Zweifelsfall? Also Brasilien zum Beispiel hat im Moment eine extrem straffe Geldpolitik mit einem Leitzins von 13,75%. Russland und Südafrika haben auch hohe Leitzinsen. Aber in China, da gehen die Leitzinsen seit Jahren zurück. Die haben ja auch kein Inflationsproblem im Moment. Und die chinesische Währung ist im Moment noch nicht mal frei konvertibel. Will man da, speziell China als größtes Land von diesen BRICS, will man da wirklich die Kontrollmöglichkeiten, die man jetzt hat, einfach abgeben an die neue Währungszone? Schwer vorstellbar. Und dann das Ganze ja noch goldgedeckt. Und viele erzählen einem hier, ja wow, schauen Sie sich mal diese Wahnsinns-Goldkäufe an. Von China, Indien, Russland in letzter Zeit. Ist doch völlig klar, die planen jetzt den Goldstandard. Aber wie wäre es denn mal mit Rechnen? China hat hohe Goldreserven, zum Beispiel 2330 Tonnen. Das ist sehr viel. Aber China hat gleichzeitig auch eine Geldmenge im Zweifel von umgerechnet 40 Billionen Dollar. Das heißt, der Wert vom Zentralbankgold, der deckt zurzeit 0,4% der Geldmenge ab. Kann man so eine Golddeckung schaffen, die im Ansatz glaubwürdig ist? Es ist Schwachsinn, sowas zu glauben. Das gleiche mit Indien, da hat die Notenbank ja auch viel Gold gekauft in letzter Zeit. Da sind wir aber jetzt auch nur bei 1,9% von der Geldmenge. Also wie soll das gehen? Man muss jetzt seine Währung nicht komplett abdecken mit Gold. Die Golddeckung im Deutschen Reich zum Beispiel ab 1871, das war auch nur bei einem Drittel. Entscheidend ist, dass man immer noch genug hat, dass man bei Bedarf eben einlösen kann, glaubwürdig. Und das haben aber die BRICS im Moment definitiv nicht. Und selbst wenn sie es hätten, eine goldgedeckte Währung, klar, das würde viel Vertrauen genießen weltweit, weil die Staaten dadurch natürlich diszipliniert werden in der Geldpolitik auch. Aber es ist eben auch ein brutales System, so ein Goldstandard. Das haben wir in der Geschichte auch immer wieder gesehen. Die Wechselkurse der BRICS untereinander, die wären dann fest. Das heißt, die Staaten brauchen dann in jedem Fall immer eine ausgeglichene Leistungsbilanz, sonst bluten sie aus. Und darum sind ja eben nicht nur immer wieder Papierwährungen gescheitert in der Vergangenheit, sondern darum sind ja auch goldgedeckte Währungen in Krisen immer wieder gescheitert. 1914, 1934 oder das Bretton-Woods-System dann 1971. Das sagt natürlich jetzt nicht nur was über den Goldstandard aus, es sagt auch viel über die Staaten aus damals. Aber trotzdem, es war auch den Zeitgenossen damals schon bewusst, Golddeckungen sind in Krisenzeiten anfällig. Und es hat auch immer Spekulationen gegeben in solchen Zeiten gegen die Golddeckung, indem man dann eben die Währung wirklich eingetauscht hat, auch gegen Gold, bis es dann eben nicht mehr ging. Und das ist eine Gefahr, das wäre auch bei so einer BRICS-Währung, wenn sie eine vollwertige Gemeinschaftswährung wäre, vom ersten Tag an da. Früher oder später würden die Marktteilnehmer das testen, indem sie diese Umtauschgarantie dann eben wirklich auch herausfordern und einfordern. Und dadurch, dass eben nur die BRICS-Währung Gold gedeckt wäre und alle anderen Währungen nicht, dadurch wäre das natürlich noch viel wahrscheinlicher gleich. Aber abgesehen davon, also gehen wir davon aus, diese Währung wäre für Anleger weltweit attraktiv. Aber auch das kann ja ein Problem sein für die Länder. Weil wenn diese Währung dann steigt, was passiert dann mit den wunderbaren Exportüberschüssen von China, von Russland, von Brasilien? Das wäre dann vielleicht auch vorbei oder viel weniger. Und das Zweite ist, je mehr die Währung nachgefragt wird, desto mehr Gold muss man sich dann ja auch wieder beschaffen, damit die Golddeckung auch dann glaubwürdig bleibt. Und spätestens das würden sie eben nicht mehr schaffen. Man kann nicht jedes Jahr nochmal 100.000 Tonnen Gold dann kaufen. So viel Gold gibt es nicht. Und mit anderen Worten, viele, viele echte Probleme und die sind den BRICS-Staaten mit Sicherheit auch klar. Sodass ich sagen würde, klar, es weiß keiner, was jetzt am 22. August wirklich passiert, was da wirklich angekündigt wird. Aber ich gehe zu 95% davon aus, dass das maximal eine Art neue Verrechnungswährung wird, die da angekündigt wird, mit der dann eben Transaktionen abgerechnet werden können, die man vielleicht auch als Währungsreserve nutzen kann und die dann vielleicht auch Gold gedeckt ist oder wo die Mitgliedsländer zumindest ein bisschen Gold dafür dann auch hinterlegen müssen. Und sowas würde ja auch Sinn machen und speziell China und Russland, die brauchen sowieso ein eigenes Verrechnungssystem, haben sie ja mittlerweile auch, aber sie brauchen das schon rein aus Selbstschutz und eine Verrechnungswährung mit Gold als Referenz und mit einer Teildeckung, das wäre eben auch vertrauenswürdig. Und sie ist damit aber eben nicht schon diese große, große Gemeinschaftswährung der BRICS-Staaten und es ist eben dann wahrscheinlich auch sehr wahrscheinlich keine Währung, für die sich dann zum Beispiel der YouTuber vom Vermietertagebuch in ein paar Wochen dann auch ein Währungskonto anlegen kann. Es sei denn, er ist im internationalen Ölhandel. Aber trotzdem, klar, das Ganze ist schon sehr, sehr spannend, weil es zeigt uns nämlich erstens, es gibt diesen Trend zur Dedollarisierung, der ist zwar schleichend, aber das findet statt. Dann zweitens, der Versuch der USA und des Westens, dass sie eine globale Einheitsfonds schaffen gegen Russland, das ist eben in Teilen gescheitert. Es hat in eidlichen, wichtigen Ländern auch den Abwehrreflex erzeugt. Und drittens, die Bedeutung der BRICS-Staaten und der Schwellenländer-Staaten, die nimmt zu, auch politisch und systemisch, ist ja an vielen Anlegern vorbeigegangen in den letzten Jahren, aber es ist trotzdem so. Und viertens, das Ganze ist natürlich auch eine Aufwertung von Gold. Seit dem Scheitern von Bretton Woods in den 70er Jahren, hat Gold im Geldwesen ja eigentlich jahrzehntelang praktisch keine Rolle mehr gespielt. Außer in Zimbabwe jetzt, da arbeitet man gerade an so einer Art Goldwährung, das ist auch sehr, sehr interessant. Aber sonst hat Gold da keine Rolle gespielt. Und jetzt haben wir aber eben möglicherweise eine doch wie auch immer geartete Währung, bei der Golddeckung wieder eine Bedeutung hat. Es ist aber schon die Frage, ob Gold das überhaupt nötig hat, Gold als Anlage, weil man darf auch nicht vergessen, die Goldanleger haben von dieser Entkopplung von Gold und von dem Währungssystem ja auch enorm profitiert. Als es die Golddeckung noch gegeben hat, da ist Gold gar nicht gestiegen, sondern es war ja immer bei dem festen Tauschkurs bei 35 Dollar. Aber seit das vor 50 Jahren aufgehoben worden ist, da hat es sich dann eben verteuert um fast 5.500 Prozent. Und das spricht natürlich auch Bände. Soviel für heute und das Filmchen vom Anfang, das war übrigens ein alter Werbespot von der amerikanischen Brauerei Miller. Bierwerbung mit leicht bekleideten Damen, zum Beispiel mit der Herzogin von Sussex, dafür waren die bekannt. Aber Miller hat sich dafür inzwischen natürlich schon tausendmal entschuldigt. Und sie haben jetzt auch einen Werbespot gemacht, wo über die wichtige Rolle der Frauen in der Geschichte des Bauwesens referiert wird. Und das muss man den Frauen schon auch hoch anrechnen. Sie haben immer für Biernachschub gesorgt. Und auf der anderen Seite hat aber Bud Light vor ein paar Wochen eine Aktion gemacht mit einer Transgenderfrau. Und die Rechtskonservativen in den USA sind ausgerastet. Und der Umsatz mit Bud Light ist nach dieser Aktion um 26 Prozent eingebrochen. Und der Chef von Anhäuser Busch, der hat sich inzwischen auch zigmal entschuldigt und zigmal distanziert. Für Bier kann man inzwischen nur noch mit Waldbildern Werbung machen. Und auch darüber wird sich irgendwer irgendwann mal ganz furchtbar aufregen. Es ist schwer erträglich, so langsam würde ich sagen. Wir haben eine Öffentlichkeit, die hochpolarisiert ist, die ständig auf 180 ist. In den USA sowieso, aber wir sind auch schon auf dem besten Weg dahin. Sodass sich die Frage stellt, erstens, wo bleibt da Spaß? Und zweitens, was ist es auch für eine Gesellschaft geworden, in der man sich derart ständig aufregt über Nichtigkeiten? Und das ja vor einem Hintergrund, dass wir ja wirklich auch ein paar echte Probleme haben. und dass weltbewegende Dinge ja auch passieren um uns herum. Und umso mehr freut es mich eben auch, dass Sie sich die Zeit genommen haben und dass Sie sich jetzt hier mit einem wichtigen Thema auseinandergesetzt haben. Ich glaube schon, dass es ein wichtiges Thema ist, das Ganze. Ich bin gespannt auf Ihre Kommentare. Ich freue mich natürlich, wie gesagt, auch über ein Kanalabo von Ihnen. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute Ihnen. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.